Hallo ihr Lieben, wir heißen euch ganz herzlich willkommen und freuen uns, dass ihr einer weiteren Folge der Podcast-Serie Raum für Bewusstsein, Podcast mit einem Lichtwesen zugeschaltet habt. In diesem Podcast bekommen namhafte Persönlichkeiten die Gelegenheit, ein Interview mit Salvador zu führen. Sie haben die Möglichkeit, Salvador ihre ganz persönlichen Fragen zu stellen und so eine Antwort auf ihre Fragen aus der Perspektive des Universums zu erhalten. Solltet ihr die erste Folge dieser Serie verpasst haben, möchten wir euch gerade diese ganz besonders ans Herz legen, denn hier erzählen wir davon, wie wir zu diesem Podcast-Format gekommen sind. Wir sind nun genauso gespannt wie ihr auf den Austausch, der uns heute erwartet und danken von Herzen Christiane, die sich als Medium für dieses Gespräch zur Verfügung stellt und Salvador so eine Stimme verleiht. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören. Thomas Schmelzer, Moderator und Gründer von Mystica, bezeichnet sich selber als Bewusstseinsbegleiter, Medienberater und Spirit-Media-Mensch. Er ist Moderator, Schauspieler, Redakteur und Autor. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich in Print, im Web und Live mit ganzheitlichen Themen und ist eine anerkannte Größe in der spirituellen Szene. Neben einer Schauspiel- und Moderationskarriere im Fernsehen entwickelte er zahlreiche Dokumentarfilmstoffe und drehte 2004 eine große Dokumentation für Arte in Japan. Durch ein tiefes Interesse, das mit der Überwindung einer Krebserkrankung begann, beschäftigte er sich intensiv mit spirituellen Themen und studierte einige Semester Philosophie und Religion. Schon 1995 leitete er erste Talk-Veranstaltungsreihen über Frieden und Ethik. Mittlerweile schreibt Thomas Print-Magazine, rezensiert Bücher und DVDs, hält Vorträge und moderierte mehr als 35 Kongresse. Bei seiner Arbeit geht es ihm um die Verbindung unterschiedlicher Denkweisen und um die Vermittlung hilfreichen Wissens für ein bewusstes, friedvolles Leben. Mit der Gründung des ganzheitlichen Webportals Mystica TV folgte er einer Vision und startete sein Herzensprojekt. Die Talk-TV-Interview-Reihe mit bisher mehr als 800 Gästen hat mittlerweile Kultstatus und bietet ein breites Feld an bewusstseinsförderlichem Wissen. Christiane konnte in diesem Format auch schon das Salvador-Wissen im Interviews mit Thomas weitergeben und so durfte zwischen ihnen mit der Zeit eine wunderbare Verbindung entstehen. Schon immer hat sich Thomas für Bewusstseinsfragen interessiert. Zu Beginn mehr als Suchender, heute als Findender, der eine große Freude verspürt, die Medienarbeit mit diesen Themen zu verbinden und es vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Heute in diesem Podcast werden wir Thomas als Interviewpartner des Lichtwesens Salvador erleben. Wir freuen uns wirklich sehr, dass er unserer Einladung zu diesem Podcast gefolgt ist und wir ihm heute begegnen dürfen. Lieber Thomas, im Namen aller in diesem Raum Anwesenden, in meinem Namen, im Namen von Christiane, die zwar körperlich anwesend ist, aber nicht als Christiane in Erscheinung treten wird und im Namen Salvadors. Wir freuen uns sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist, Salvador, im Rahmen des nun anstehenden Interviews deine ganz eigenen Fragen zu stellen. Wie geht es dir? Ja, hallo. Ich grüße euch alle und ich grüße dich und ich bin aufgeregt, bin etwas durchwühlt heute aufgestanden. Dazu meine ehrliche Antwort auf deine Frage. So ein paar alte Muster kamen durch, aber zugleich ist es jetzt sehr aufregend und ich freue mich hier mit euch zu sein und bin sehr gespannt. Ja, es freut uns auch wirklich sehr. Ich werde dir jetzt gleich komplette Gesprächsführung übergeben und erst wenn dein Gespräch mit Salvador beendet ist, führen wir beide zu zweit direkt im Anschluss noch ein kurzes Nachgespräch. Und ich rufe nochmal allen Zuhörern in Erinnerung, wenn Salvador spricht, wird er durch Christiane als Medium sprechen. Es kann also immer sein, dass es einen kurzen Moment dauert, bis Salvador beginnt, auf deine Frage zu antworten, Thomas. Und das hängt damit zusammen, dass die Informationen gechannelt werden. Das, was du dann hören wirst, sind Salvadors Worte aus Christianes Bund, also durchaus mit ihrer Stimme, aber das wirst du spüren mit seiner Energie. Er wird hier heute mit seinen Energien in diesem Raum anwesend sein, ganz für dich, um deine Fragen zu beantworten. Und mit diesen Worten übergebe ich an dich, lieber Thomas. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Es ist mir tatsächlich eine Freude und es ist aufregend. Es ist mein erstes Podcast-Interview und natürlich sogar mein erstes Podcast-Interview mit einem Geistwesen. Und ich bin sehr berührt von der Arbeit von Christiane und von dem Wissen von Salvador und freue mich zunächst einmal hier zu sein und beginne tatsächlich. Ich habe mir einige Fragen vorbereitet, aber merke gleichzeitig, dass es wichtig ist, total im Flow zu sein. Und deswegen nehme ich das auf, was ich gerade gesagt habe. Manchmal sind wir so auf dem Bewusstseinsweg und dann gibt es Phasen, wo plötzlich alte Wolken von alten Gefühlen, Gefühlserinnerungen, Ängsten uns regelrecht sozusagen überströmen. Und dann fühlen wir uns manchmal recht hilflos und fühlen uns ganz klein. Was, lieber Salvador, empfiehlst du uns in solchen Momenten? Wie können wir damit dann gut ja zurechtkommen? Was bedeutet das? Wir grüßen dich, verneigen uns vor dir. Schau, unsere Verneigung vor dir ist eine Erfahrung, die dir Integration und Heilung bringt. Denn schau, in deiner Essenz ist die Kraft der Anmut, die Aufrichtung in dir. Durch dich strömt diese Kraft, so schenkst du dies anderen. In Anbindung in Liebe die Wertschätzung jedes Einzelnen, durch deine Augen strahlt die Wertschätzung für jeden einzelnen Menschen. Diese Kraft ist in deinem Raum. So schau, verneigen wir uns vor dir. Ehren wir deine Anmut, ehren wir deine Größe. Du darfst dir dieser Kraft sehr bewusst sein. Schau, daher ist es von so großer Bedeutung, dass du dir selbst auch diese Anmut, diese Wertschätzung schenkst. Du sagtest, dass in der Linie der Zeit heute Morgen sich eine Wolke um dich gelegt hat. Denn dein System war sich sehr wohl unserer Worte schon bewusst. Diese Kraft, die sich nun in dir bemerkbar macht, dieses Potenzial, das voll und ganz in dein Bewusstsein strömen möchte, in diesem Moment werden noch alte Räume nach oben gespült. Räume, wo du dich wertlos fühlst, deine Anmut verloren hast. Gedemütigte Erfahrungen, Energien, die noch in deinem System in Kammern verschlossen sind. Schau, all dies sind Erfahrungen in der Linie der Zeit den alten Inkarnationen, die nun erlöst werden wollen. So versteht, solange ihr in der Linie der Zeit euch verhaftet seid, ihr verklebt mit eurem Sein in euren Räumen der Vergangenheit. So legt sich dieses Feld um euch, ihr fühlt, ihr denkt, euer Körper spiegelt all dies. So schau, ein Trigger in deinem System. War bereits. Die Energie, die höher schwingen wollte. Dieser Raum, der sich jetzt gemeinsam eröffnet, hat diese alten Räume nach oben gespült. So deine Frage, was könnt ihr in diesen Momenten für euch bewirken? Schau, der innere Beobachter betrachtet er dieses Energiefeld. Versteht, Gefühle, Gedanken, Körpersymptome sind Energieinformationen. Sie beschreiben ein Energiefeld. Erkennt in diesen Momenten, dass euer Sein in diesem Energiefeld vorhanden ist. Ihr euch hier identifiziert habt, so wird dies zu eurer Realität. Im inneren Beobachter löst ihr behutsam euer Sein aus dieser alten Realität. Erschafft eine Basis im Herzzentrum. So dürfen diese alten Ausdrucksenergien ins Fließen kommen, erlöst werden, sodass dieses Informationsfeld kollabieren darf. So fühle, spüre in dich, was geschieht in dir. Verneigen uns wir vor dir. Ehren wir dein Sein. Eine majestätische Kraft, die hier durch dich strömt, fließen möchte. In diesem Feld der hochfrequenten Energien darfst du Platz nehmen, darfst beobachten, welche alten Glaubenssätze noch nach oben gespült werden, welche alten Energieräume sich noch zeigen wollen. Beobachtet dies, so dürfen sie gehen. Dies gilt für jegliche Räume, die ihr verwandeln wollt. Die Basis im eigenen Herzraum erschaffen, hier Platz nehmen in der eigenen Essenz, so hat jedes einzelne Menschwesen seine ganz individuelle Essenz. Das, was wir dir beschrieben, über dein System, über deine Essenz, ist individuell als Information in deiner Seele hinterlegt. Diese Essenz möchte im Leben, in deinem Leben, geboren werden in dieser Inkarnation. Alle anderen Überzeugungen, alle anderen Erfahrungen blocken den Energiefluss. dieser hochfrequenten Qualität deines Seins. So beobachte im Alltag, wo dir noch eine andere Überzeugung gespiegelt wird. Jeder andere, jedes Menschwesen, das hier präsent ist in diesem Bewusstseinsraum, kann dies übertragen auf sich selbst. Denn der Mechanismus wirkt in jedem gleich. Nur die Energien sind individuell die Essenzen, die Qualitäten, der Ausdruck, der durch euch geboren werden möchte. Vielen Dank. Und ich spüre auch gerade, dass ich diese Frage ja gar nicht für mich alleine nur gestellt habe, sondern für viele, viele Menschen, denen es jetzt so geht. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeitqualität sind, wo sehr, sehr vieles hochkommt aus vielen früheren Leben, sowohl im Leben der Einzelnen als auch in der kollektiven Menschenseele, im kollektiven Zusammensein. Wie können wir uns da vielleicht auch gegenseitig noch mehr ermutigen? Denn ich habe das Gefühl, viele Menschen fühlen sich noch sehr alleine mit dieser Thematik. Was können wir tun, um da wirklich miteinander uns gegenseitig noch besser zu helfen? Schau vorerst. Ist es so sehr wichtig für euch, gnädig mit euch selbst zu sein? Denn seid ihr gnädig mit euch selbst. Beendet ihr das harte Urteilen über euch, so schaut ihr auch gnädig auf andere. Die Verurteilung von anderen betrifft die Egoräume der anderen Menschwesen gegenüber. So spielt ihr den Ball hin und her. Dies hält das Spiel des unangebundenen Bewusstseins aktiv. Die Polarität wird so stabilisiert. So schau. Ihr Menschwesen spiegelt euch in euren Egoräumen. Ein anderer verletzt euch, triggert ein Egoräum von euch selbst. Ihr verurteilt den anderen, denn er war die äußerliche Ursache. So bleibt das Spiel erhalten. Es geht darum, im Herzraum zu erkennen, dass jedes Menschwesen in Egoräume fällt, Egoräume kreiert um sich herum, in Mangelräumen präsent ist. Dies bedeutet nicht, dass ihr euch nicht abgrenzen dürft, keine Entscheidung treffen dürft, Handlung initiiert. Die in eurem authentischen Sinne sind, doch innerlich anfangen zu sehen, zu spüren, wo der Gegenüber sich gerade befindet, in welchem Feld. So werdet ihr weich, schaut mit liebevollen Augen auf euch. Gegenseitig. Öffnet euch für Inspirationen aus diesen Räumen, diesen dunklen Räumen heraus. Natürlich ist es noch so, dass manche Menschen in ihrem freien Willen noch im Schattenuniversum präsent sein möchten, diese spielen noch weiter. Spielen wollen, gewährt ihnen, denn der freie Wille ist ein heiliges Werkzeug. Er spürt die Menschwesen, die bereit sind, eine Hand, eine helfende Hand anzunehmen, Inspiration entgegenzunehmen. Verliert nicht eure Kraft an die, die sich dagegen entschieden haben. Aber fokussiert die Menschen, die bereit sind, Schritte zu gehen. Dies ist die erste Unterscheidung. Denn das Spiel möchte beendet werden für so viele, doch wie du bereits sagtest, die Unwissenheit über all diese Zusammenhänge über die Energieanatomie ist noch sehr fremd im Massenbewusstsein. Dies darf verbreitet werden. Schau. Unser Sein liegt darin, dieses Wissen in den materiellen Raum strömen zu lassen. Es ist vorerst ein Erreichen über den Verstand. Denn schaut, die Menschen, die noch im Schatten vorhanden sind, haben den Verstand noch im Mittelpunkt. So ist dies ein Tor, das offen ist, über dieses Menschwesen erreicht werden können. Du weißt, dass der Weg dahin geht, im Herzraum präsent zu sein. Doch für manche ist es relevant, über den Verstand sich zu öffnen, um dann den Weg gehen zu können. So zurück zu deiner Frage. Gnädig sein zu euch selbst. Verständnisvoll. Verstehen, dass ihr aus der Phase der Abtrennung kommt. Hier habt ihr gedient in Liebe, um die Abtrennung zu erschaffen. Doch jetzt ist das Erwachen. So warum steigen so viele Schattenräume in euer Bewusstsein, bei euch individuell sowie im Massenbewusstsein? Es ist initiiert aus der geistigen Welt. Denn hochfrequente Energien werden durch Portale in euren Raum geleitet. Hier strömen diese Energien ein. Sind mehr hochfrequente Energien in euren Räumen vorhanden? Werden dunkle Schattenräume sichtbar? Es ist nicht so, dass sie vorher nicht anwesend waren in eurem Raum. Sie waren anwesend, im Untergrund haben hier gewirkt. Ohne dass euch dessen ihr euch bewusst wart. Nun werden sie bewusst. Sie erscheinen vor euch. Nun glaubt ihr, dass so viel Schatten entsteht. Dem ist nicht so. Der Schatten war vorher viel kräftiger, präsenter. Im Untergrund hatte viel mehr Macht. Allein durch das Aufsteigen in euer Bewusstsein verlieren diese Räume an Kraft, an Macht. Denn sie fließen in euer Bewusstsein. Licht durchströmt sie. Hier geschieht Wandel. Geschieht Wandel, geschieht Integration. Lösen sich die Schattenräume, indem sie kollabieren, sich Informationsfelder auflösen, da sie in den Ausdruck gebracht worden sind. Schaut, ihr dürft verstehen. Ausdruck möchte geboren werden. Ihr seid die Tore. Die Tore des Ausdrucks der Abtrennung. Die Tore des Ausdrucks des Erwachens. Ist ein Ausdruck. Zu 100% in den Ausdruck gebracht worden. Ist es vollendet. In diesem Moment kollabiert der Ausdruck. Doch ein Ausdruck kann nicht kollabieren. Ist euer Sein damit verklebt. So steigen Schattenräume auf. Ihr beobachtet diesen Ausdruck. Löst euer Sein. Seid präsent im Herzen. Dürfen diese Informationsfelder kollabieren. Ihr seid im Wandel. Gefühlt wird es dunkler. Doch wir sagen euch. In Wahrhaftigkeit wird es heller. Hochfrequenter. Ihr seid im Prozess. Um die Schattenräume ins Kollabieren zu bringen. Dies ist der Aufstiegsprozess. So lasst euch nicht täuschen. In dem Gefühl, dass es dunkler um euch wird. Nur weil ihr etwas wahrnehmt, bedeutet es nicht, dass es in diesem Moment entstanden ist. Die Wahrnehmung öffnet. Wahrnehmung lässt fließen. Fließende Energien sind angebundenes Bewusstsein. Konnten wir deine Frage dadurch beantworten? Ja, vielen Dank. Sehr tröstend und sehr hilfreich. Und ich erinnere mich an vieles. Ja, das ist Wissen auch über den Bewusstseinsweg. Aber von dir nochmal so formuliert, sehr, sehr erhellend und sehr schön. Ja, und würdest du auch sagen, sind wir in einer ganz besonderen Wendezeit? Also ich fühle ein großes Potenzial eines Erwachens, eines ganz neuen Miteinanders. Und zugleich erleben wir auf der Erde viele Kataklysmen und Kriege und all diese Dinge. Viele Menschen sind nochmal sehr herausgefordert, gerade jetzt sich im Herzraum wieder zu finden. Ist das wirklich eine ganz besondere Zeit, von der viele schon gesprochen haben? So ist es. Ein tiefer Prozess des Wandels. Schau, das, was auf eurer sogenannten Welt geschieht, ist das Massenbewusstsein. Hier steigen dunkle Räume. Auf, werden bewusst gemacht, kommen noch einmal in den Ausdruck. Hier seid ihr sehr stark gefordert. Denn wisst, in der dritten Dimension nehmt ihr die Realitäten an, die ihr im Außen in der Materie seht. So sagt ihr, das ist Realität, das, was ich sehe im Außen, das ist. Hinter dem Vorhang des Vergessens taucht ihr in die fünfte Dimension in die Raum-in-Raum-Erfahrung. Hier bekommt ihr andere Informationen. Hier könnt ihr erkennen, dass das Schatten-Universum nach oben gespült wird in euer Bewusstsein, um transformiert zu werden. Die Aufforderung, euch im Herzen zu platzieren, fällt euch leichter. Nehmt ihr die Raum-in-Raum-Erfahrungen wahr. In der Linie der Zeit, in der Fixierung der Realität, durch materielle Ereignisse, verfallt ihr in Angst, in Furcht. Hier ist es kaum möglich, euch im Herzen zu zentrieren. Dies ist der Shift. Der Shift, die innere Wahrnehmung als Informationsquelle zu eröffnen und die äußere Wahrnehmung ruhiger werden zu lassen. Dies ist der Shift von Angst in den Herzraum, in die Weisheit eures Seins. Eine große Herausforderung für euch Menschen, denn in der Abtrennungserfahrung habt ihr stets die Materie genommen, um Realitäten über euren Verstand festzulegen. So habt ihr das Informationsfeld eröffnet, habt eurer Sein, eure Präsenz dort hineingelegt. Dies möchte nun gewandelt werden. Schau, auf vielen Ebenen ist es für euch zurzeit herausfordernd, diesen Shift zu vollziehen. Doch ihr bekommt das Werkzeug, denn die geistige Welt strömt näher und näher, eröffnet den Raum, sodass wir enger miteinander kommunizieren können. Ihr Informationen bekommt, die euch dienen, dienen, um all die Schattenräume ins Kollabieren zu bringen. Eine weitere, tiefe Erkenntnis, die im Massenbewusstsein mehr und mehr einsinken darf, ist, ihr seid Energiewesen, ihr kreiert Materie. Die Materie von heute ist das Erbe aus der Vergangenheit, aus Energiefelder, die ihr in der Linie der Zeit in der Vergangenheit erschaffen habt. So hat die Materie reagiert. So kreiert ihr Materie. Durch euch Materie formt sich in der Linie der Zeit. Dies ist ein Grundprinzip, das ihr in eurem Schöpfertum erkennen dürft. Schau, bisher im Massenbewusstsein reagiert ihr auf die Materie, die im Außen entsteht. Ihr richtet eure Entscheidung, Handlungen danach, was ihr im Außen erkennt. Dies produziert immer weiter. Abtrennungsräume, abgetrennte Materie hält euch gefangen im Spiel der Schattenwelt. So seid ihr dort weiter fixiert. Doch der Shift, der Aufstieg ist, die Schöpferkraft in euren Herzraum zu legen, darauf zu vertrauen, dass Materie sich formt um das Energiefeld, das ihr erschafft. Dies ist ein wichtiger Aspekt im Prozess des Erwachens. Vielen Dank. Sehr hilfreich. Es gibt ja, so vermute ich, viele Zivilisationen im Kosmos, viele andere Wesenheiten und Arten und Weisen des Lebens. Und ich könnte mir vorstellen, dass du, lieber Salvador, auch zu anderen Zivilisationen Kontakt hast. Wie würdest du denn unsere Menschheit, unsere Spezies beschreiben, vielleicht auch im Unterschied zu manch anderen Zivilisationen? Sind wir Menschen schon eine sehr spezielle, sehr interessante Art und Weise des Lebens? Das würde mich sehr interessieren, aus deiner Sicht. Schau, bleiben wir im Raum unseres Universums. Wir beschreiben dieses Universum als Gottwesenheit, in dem weitere Universen existieren. Der materielle Raum ist ein Universum in Endlichkeit. Der geistige Raum, ein weiteres um den materiellen Raum, der Seelenraum, weitere Räume drumrum, wo Geistwesen, Lichtwesen präsent sind. All dies beschreibt ein großes Universum, in dem viele Wesen präsent sind. Die Menschwesen in ihrem Seelenkern, in ihrer Energiedna haben als einzige die Information, die Abtrennungserfahrung erfahrbar zu machen. Schau, jedes Wesen eröffnet einen Raum, hat ein eigenes Energiefeld. Durch das Portal dieses Wesens Strömenergien in den Raum, bringen diese Energien in den Ausdruck. So dürft ihr Menschwesen euch verstehen. Als einzigartige Wesen, die die Trennungserfahrung erfahrbar machen, kein anderes Wesen im Universum hat diese Erfahrung im Wesenskern als Informationen gespeichert. So seid ihr einzigartig hier im universellen Raum. Alle anderen Wesen in ihrem Sein dienen euch dienen. Der Rückkehr, schau, aus der Ureinheit wurden die Räume geboren, in die Unendlichkeit hinein, die Flut. Ist die Bewegung der Energien durch euch Menschwesen, ist der Umkehrpunkt kreiert worden. Die Abtrennungserfahrung, das abgespaltene Bewusstsein, setzt einen Stopp, einen Spiegel, so strömen die Energien zurück, die Räume kollabieren in sich selbst. Zurück zur Ureinheit, dies ist die Atmung des All-Eins-Seins. Erkennt, wie einzigartig ihr seid. Sehr schön. Ich habe den Eindruck, dass wir Menschen auch deswegen so speziell sind, weil wir uns in unserer Kreativität unglaublich verrückte Dinge vorstellen können und unglaublich komplizierte Wege uns ausdenken können, selbst in der spirituellen Szene und in der spirituellen Welt. Das erzeugt sehr viel Verwirrung, aber zeigt auch die Vielfältigkeit des Menschseins. Aber daraus resultiert manchmal auch eine gewisse Einsamkeit, weil viele Menschen denken, ich bin der Einzige, der die Welt so sieht. Und ich habe das Gefühl, im Moment leben wir in einer Welt von sehr, sehr unterschiedlichen Weltbildern. Und meine Frage ist jetzt, was können wir tun, um uns wieder mehr anzunähern? Also ich sehe einen Teil meiner Aufgabe ja auch darin, einen Dialog herzustellen, Menschen zu helfen, zu erkennen, wow, im Herzen sind wir doch alle eins. Und trotzdem sieht es im Moment so aus, als viele Menschen denken, mein Gegenüber hat eine Weltsicht, die kann ich gar nicht teilen. Ich kann damit nicht zurechtkommen. Trotzdem fühle ich diesen Menschen und ich liebe diesen Menschen, aber ich erreiche ihn nicht mehr, weil er so sehr die Welt anders sieht als ich. Und sozusagen vielleicht meine Frage, was können wir da miteinander tun, um wieder mehr miteinander ein gutes Leben zu leben und wacher zu werden, bewusster zu werden? Schau, das All-Eins-Sein fließt, das All-Eins-Sein gewährt jeglichen Ausdruck. So hast du ein Menschwesen gegenüber, das einen anderen Ausdruck nicht gewährt. So weißt du, dass dies eine Manifestation eines Schattenraumes ist, eine Blockade, ein Anker, der gesetzt wurde in Energien, die nicht mehr fließen können, denn das All-Eins-Sein fließt. Stetig erschafft Ausdruck fixiert sich nicht. Verständnis, Liebe, Mitgespür füreinander. Sehen des Anderen, in welchem Raum er gerade ist, sind Merkmale für Menschwesen, die im Erwachen sind, die sich im eigenen Herzraum platzieren, zentrieren. Menschwesen, die sich fixieren in Anschauungen, andere nicht gewähren lassen, das Recht nur auf ihrer Seite sehen, hier dürft ihr wissen, dass dies Ego macht, ist. Eine Aufbäumung des eigenen Feldes. So betrachtet dies liebevoll, geht nicht in den Kampf, akzeptiert, fließt weich weiter. Schau, das All-Eins-Sein, fließende Energien, erreichen jeden Ort, durchdringen alles. Abgespaltenes Bewusstsein, Blockaden, Verhärtungen, Fixierungen, wirken vorerst stärker. Doch sie erreichen nicht. Das All-Eins-Sein, sie bleiben isoliert. So ist es ganz natürlich, dass Menschwesen, die sich fixieren, selbst in eine Isolation fallen, dies ist ein Ausdruck eines alten Ego-Raumes. So lange, bis sie selbst eine neue Entscheidung treffen. Auch hier gilt es für euch. Erschafft Gemeinschaften, die miteinander fließen, lasst diese größer werden für all die Menschwesen, die sich dafür entscheiden. Dies bündelt eure Kräfte. Im Sinne des All-Eins-Seins erschafft Gemeinschaften, die Hand in Hand miteinander sich stärken. Wo jeder einzeln in seinem Potenzial erwachen darf, sein darf, in seinem Raum, in seiner Essenz. Erkennt euch hier im Herzen. Verbindet euch, schafft Netze über die Welt. Dies hat Kraft, mehr Kraft, als ihr glaubt. So sorgt euch nicht darum, dass es noch Menschwesen gerade jetzt in dieser Zeit gibt, die sich verbeißen, die sich verankern in alten Abtrennungsräumen, hier noch Macht spüren, weil eigentlich in ihnen eine alte Ohnmacht anklopft, von ihnen verwandelt werden möchte. Die Bereitschaft ist noch nicht da. So schaut liebevoll auf sie. Fließt weiter in eurem eigenen Lebensstrom. Haltet Ausschau nach den Menschwesen, um den Fluss der Energien zu stärken. Schön. Vielen Dank. Jetzt habe ich eine leicht humorvolle Frage, aber doch auch mit einem ernsten Hintergrund. Und zwar, es gibt ja manch andere Medien, die manch andere Geistwesen channeln, wie Cryon, Regulus oder Seed. Sind das im Prinzip Kollegen von dir? Das heißt, hast du auch Kontakt zu diesen anderen Quellen? Seid ihr vielleicht sogar manchmal im Dialog, so nach dem Motto, okay, wie können wir die Menschen noch besser inspirieren? Schau, ein Dialog ist sehr menschlich gedacht. Informationsaustausch findet bei uns statt durch fließende Energien. Das All-Eins-Sein ist stets im Kontakt miteinander. Energien fließen, Ausdruck wird geboren, tauscht sich aus mit anderen Räumen. So sind es, so wie du sagst. Kollegen in anderen Räumen, wir nehmen uns wahr. Nehmen unsere Energien wahr. Nehmen die Essenz unseres Seins wahr. Schau, es gibt sogenannte Stammbäume. Energien, die dichter zusammenwirken. Energien, die ferner voneinander sind und doch immer ein Seins verbunden sind. Wir haben keine Wertung. So sind manche Lichtwesen, ähnlich dessen, wie wir schwingen. Andere ferner, doch alle eins. Und schau, dies schließt an deine vorherige Frage an. Dies ist gelebte Gemeinschaft, jeder in seinem Raum, in seinem Potenzial, in der gleichzeitigen Wahrnehmung aller, die anwesend sind, in ihrem Wirkungsfeld, in ihrem Potenzial, das sie einbringen, nebeneinander gleichgestellt auf Augenhöhe, obwohl jeder Einzelne in seiner Essenz individuell im Ausdruck ist. So dürft ihr die geistige Welt als Spiegel nehmen für die Gemeinschaft, die auf Erden nun kreiert werden möchte. Wir sind. Schau, wir sprechen von wir. Bei uns gibt es kein Ich oder Du. Wir sind wir. So sind wir eins, jeder auf seinem Platz, jeder in seinem individuellen Raum. Ja, wunderschön. Und viele Menschen, die auf dem Bewusstseinsweg sind, fühlen ja genau schon diese Verbindung, dieses Miteinander. Viele Menschen sehnen sich auch nach Lebensgemeinschaften, nach einem wirklichen Miteinander hier auf Erden. Und trotzdem ist das im Moment aus meiner Sicht oft noch gar nicht verwirklichbar. Würdest du sagen, naja, das ist einfach unser Entwicklungsweg, unser Lernschritt, da jetzt in ein neues, echtes Miteinander zu kommen? Das heißt, also sozusagen viele Menschen spüren das, spüren diesen Wunsch nach einer Gemeinschaft, sind manchmal ein bisschen traurig, weil das eben hier auf Erden oft noch gar nicht so verwirklichbar ist. Aber das ist wohl der Weg, zu dem wir uns hin bewegen. Und da dürfen wir noch ein bisschen Geduld haben. Wie würdest du das einschätzen? So ist es. Dies ist ein Prozess, doch schau. Hier möchten wir einen weiteren Aspekt mit hineinbringen. Im Abtrennungsbewusstsein seid ihr präsent in Mangelräumen. Mangelräume sind Räume, wo nicht genügend Energie für euch vorhanden ist. So seid ihr im Lebenskampf, um Energien zu bekommen, auf verschiedenste Weise aus dem materiellen Raum. Dies ist die Entstehungsquelle der Konkurrenz. Die Erfahrung, dass nicht genügend für alle da ist, das ist der Mangelgedanke. Dieser Mangel existiert im abgetrennten Bewusstsein, denn es ist abgetrenntes Bewusstsein, ein Raum fernab des All-Eins-Seins. All-Eins-Sein ist Fülle, steter Fluss. Überfluss an Energien zu jedem Jetzt. Die passende Energie, die euch dient. In Fülle eure Existenz zu erfahren, dies ist im Sinne des All-Eins-Seins. Doch, schau, eure Präsenz ist noch im Abtrennungsraum, in Mangelgedanken, im Lebenskampf. So ist die Konkurrenz in euch noch aktiv. Ihr habt die tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft. Auf Augenhöhe miteinander euch stärken in eurem Potenzial. Ihr dürft euch hinwenden, euren Fokus setzen in die Räume in euch, die sich noch im Mangel befinden, wo ihr noch in Konkurrenz seid, wo der Lebenskampf noch aktiv ist, denn diese Räume verhindern, dass ihr in eine wahrhaftige Gemeinschaft eintretet, dass ihr sie empfangt in eurem Leben, denn sie ist da, sie ist vorhanden. Diese Menschwesen sind präsent im materiellen Raum. Das Verbinden in diese Gemeinschaft bedeutet innerlich, Konkurrenz fallen zu lassen, bedeutet Energien zu verschenken, bedeutet innerlich die energetische Fülle, die Lebensfülle, zu spüren, zu teilen, aus euch heraus, eure Energien zu verschenken, ohne dass es euch triggert, dass ihr in Mangel fallt. So schau auch hier, sind Ursachen in euren eigenen Systemen gesetzt, findet ihr diese Gemeinschaft nicht. So scheint es innerlich euch zu schützen, noch nicht in dieser Gemeinschaft zu sein, weil all diese Mangelgefühle, Konkurrenzgedanken nicht an die Oberfläche kommen. Wie wäre es, ihr entscheidet euch in Fülle, den Menschen zu begegnen, die auf Augenhöhe mit euch wirken in Gemeinschaft. Die anderen Räume würden in euer Bewusstsein strömen. Beobachtet dies, seid euch bewusst, dass es ein Schutzmechanismus aus dem abgetrennten Bewusstsein ist. Durchschreitet dies. Öffnet euch in Gemeinschaft, sprecht authentische Worte, verbindet euch und wisst, ihr seid gehalten in Gemeinschaft. Es ist so ungewohnt für euch, in einer Gemeinschaft gehalten zu sein, denn in all den Inkarnationen wart ihr Einzelkämpfer, Überlebenskämpfer, in all den Schattenräumen. So was für eine wundervolle neue Erfahrung. In einer Gemeinschaft Platz zu nehmen, wo ihr gehalten seid, wo Fülle einströmt, jeder in seinem Potenzial wirkt. Stellt es euch vor, öffnet diese Erfahrung in euch. Spürt hinein. Lasst dieses Energiefeld um euch herum entstehen. So darf es sein. Es ist möglich jetzt. Wunderschön. Ich lasse mir immer Zeit, bevor ich dir nächste Frage stelle, weil ich will das auch spüren und ich fühle das gerade sehr und vielleicht ihr, die ihr zuhört, auch. Einfach mal vielen Dank, lieber Salvador, für dieses Wissen, für diese Erinnerung, für diese Wegbegleitung. Und ich habe ja auch ein zutiefst positives Gefühl, die Evolution schreitet voran und es geht jetzt in Richtung Wach werden, Bewusst werden, im Herzen ankommen und sich da begegnen. Und insofern erlaube ich mir gleich die letzte Frage zu stellen, weil ich finde, das hat jetzt einen wunderschönen Bogen geschlagen. Ich erlaube mir nur nochmal persönlich zu fragen für mich selbst und mein Wirken. Ich habe ja schon das Gefühl, dass ich noch vieles bewirken möchte, aber ich bin gleichzeitig. Ich diene dem, was geschehen mag. Gibt es da etwas, was du zu meiner Arbeit, auch zu Mystica sagen möchtest, was hilfreich ist, zu tun in der nächsten Zeit und vielleicht auch im Bezug der Medienarbeit insgesamt. Ich arbeite ja mit Kollegen zusammen und fühle auch da eine größere Vernetzung, ein größeres Miteinander, das entstehen will. Und auch das scheinen wir alle erst schrittweise zu lernen. Schau, der nächste Schritt für dich ist, das Energiefeld, das wir dir zu Beginn beschrieben, in dir wirklich zu eröffnen, in Anmut dich aufzurichten, das Majestätische in dir, in dein Leben tragen. Allein wenn du dort hineinfühlst, wirst du spüren, welch goldener Glanz sich in deinem Raum eröffnet. Andere Resonanzen werden entstehen, du wirst andere Menschen anziehen. Dies ist deine authentische Größe, dein unendlicher Raum, wo andere Platz nehmen dürfen. So ist dies vorerst, der energetische Wandel, der vollzogen werden kann. Alles weitere, das folgt, hier können wir in einem anderen jetzt noch einmal darüber sprechen, doch erschaffe vorerst diese Basis, denn Großes möchte durch dich geboren werden. So danken wir dir, verneigen uns vor dir, ehren dein Sein. Gesegnet bist du. Wir sind mit jedem, der hier anwesend ist. In jedem jetzt. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank. Großes möchte durch dich geboren werden, Thomas. Ich würde ja sagen, Großes ist schon geboren worden, aber, und auch, ja, dieses Majestätische, die Anmut, alles, was er zu Beginn in der Einleitung gesagt hat, das ist, ja, das ist dein Feld, das ist einfach wunderbar. Wie fühlst du dich nach dieser letzten Frage speziell? Also erst mal eine persönliche Frage an dich. Ja, sehr gut. Und ich muss sagen, es kostet ja immer Mut, ganz ehrlich und ganz persönlich zu sein und ganz persönliche Fragen zu stellen. Aber genau das ist Teil meiner Aufgabe. Und da merke ich, ich stelle die Frage gar nicht nur für mich alleine, sondern für viele Menschen. Und ich bin dann immer ganz froh, dass ich den Mut habe, wirklich authentisch ich selber zu sein. Und so war ich ganz erstaunt, dass wir heute doch diese tiefen Themen hatten und die durchleuchtet haben, weil ich glaube, das geht zu vielen Menschen heute so. Ich spreche da gar nicht für mich allein. Und bin sehr dankbar für die Antworten und fühle ja auch, dass da noch vieles geschehen mag und fühle auch alles zu seiner Zeit. Aber diese Vision hatte ich ja schon als kleines Kind, dass das dort durch mich leuchtet und ich vor Tausenden von Menschen stehe und es leuchtet einfach durch mich durch für all diese Menschen. Und ich wusste damals nicht viel damit anzufangen. Aber das hat mich getröstet und auf den Weg geführt, zu wissen, okay, Geduld, weitermachen, schauen, was geschieht. Und ja, ich höre es mir gleich hinterher, wenn es dann online ist, noch ein paar Mal an, weil da war viel für mich, aber auch viel für andere Menschen dabei. Ja, es ist ja oft so, dass man ihn um Rat bittet oder um Guidance, um den Weg und er dann häufig als Antwort gibt, er schaffe das Energiefeld, lege den Fokus auf bestimmte Dinge und die Materie wird folgen. So auch in diesem Fall. Also ich bedanke mich ganz, ganz besonders bei dir für deine Fragen in Bezug auf die Zeit, in der wir gerade leben. Wir sind ja alle unruhig und ich selber frage mich auch oft, Mensch, warum scheint mir das Leben so viel schwerer, dunkler zu sein als das Leben meiner Großeltern und der davor? Das ist, ich glaube, das Leben war sicher auch ein anderes. Aber nochmal, die Antwort von Salvador, dass es eine Täuschung ist, nur weil jetzt die ganze Schwere hochgespült wird, dass es eine Täuschung ist, dass also im Grunde genommen dieses Gefühl, dass es um uns herum dunkler wird, eine Illusion ist, sondern tatsächlich die Räume an Kraft verlieren, weil wir jetzt sie in unser Bewusstseinsfeld kommen und wir sie jetzt tatsächlich auch transformieren. Das hat mir persönlich nochmal sehr geholfen. Er sagt es immer mal wieder, aber so in dieser Deutlichkeit war das extrem hilfreich heute. Ja, finde ich auch. Und ich war ja auch erstaunt, wie sehr doch jetzt diese alten Themen nochmal durchkamen. Aber das wollte wohl so sein. Es ist eben doch alles geführt. Ich weiß es. Und deswegen hatten wir auch so eine Tiefe. Und hallo Christiane, Dankeschön. Also sehr berührend und hilfreich. Und ja, toll. Ja, naja. Und deswegen ist eben das mit der Energieinhabung auch so wichtig. Ja, ja. Um wieder zu sagen, verbreitet das Wissen, das ist ja auch unsere Mission. Denn nur, wenn wir wissen, wie diese Egoräume kollabieren, nämlich in unserem Herzraum ohne Identifikation kann man letztendlich auch die Chance nutzen, die diese Zeit im Augenblick auch bringt. Und die Aufgabe. Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du zum Abschluss sagen möchtest? Nein, ich glaube, es ist rund. Und ich bin dankbar und freue mich, wie gesagt, das anzuhören, wenn es online ist. Es ist einfach ein so heilsames, beruhigendes, gutes Feld, was da entsteht. Auch wenn man das Buch ja liest ohne Worte. Das habe ich ja auch immer so empfunden. Nein, vielen Dank. Wunderbar. Ja, man hat das Gefühl, es hat alles seinen Sinn. Liebe Christiane, danke auch dir wirklich sehr von Herzen. Ja, da sind wir sehr, sehr dankbar, dass sie sich so zur Verfügung stellt. Wunderschön. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich darf dich verabschieden. Und ja, vielen Dank für das Geschenk, was du nicht nur uns, sondern den ganzen Zuhörern hier heute gemacht hast. Danke dir, danke euch. Wir sehen uns, wir hören uns. Ganz bestimmt. Ansonsten ist das Leben ein großes Abenteuer, in dem wir uns gerade alle befinden und immer mehr miteinander diesen Weg gehen dürfen. Danke, Thomas. Wir hoffen, euch hat die heutige Podcast-Folge genauso inspiriert wie uns. Wir möchten euch ganz herzlich einladen, ein Teil unserer Podcast-Familie zu werden, an Salvador's Wirken auch in Zukunft teilzuhaben und diesen Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Fragen und natürlich ganz besonders, wenn ihr uns eine Rezension auf einem der gängigen Podcast-Plattformen schreibt. In diesem Sinne habt einen wunderbaren Tag im freien Fluss der Energien eures wunder-, wunder-, wunderbaren Seins. und dann, bei uns. Und dann,